Einen Flauschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es um den seltensten Skin in Fortnite und zwar den Recon Expert. Mit dem heutigen Update gab es eine Veränderung an dem Skin und zwar bekommt oder hat der Recon Expert eine neue Stilvariante freigeschaltet bekommen. Das Ganze sieht ohne Hut aus, hier einmal eingeblendet. Jetzt tun natürlich hier Leute zu sagen, Recon Expert kommt wieder in den Shop. Ui, nein, nicht mein OG Skin, da bin ich ja nicht mehr cool in der Schule. Ich würde den Leak erstmal vorsichtig behandeln, denn sagen wir es mal so, das hat ja auch jemand geschrieben unter dem Hypex Tweet. Wenn ein neues Stil dazu kommt, deutet es ja meistens darauf hin, dass der Skin in den Item Shop zurückkommt und der Recon Expert stammt ja aus dem Item Shop. Es ist aber auch so, dass Renegade Raider auch eine neue Stilvariante bekommen hat und der kam ja auch nicht wieder rein. Aber das beim Renegade Raider ist halt eben so, dass der im Season Shop war und der Recon Expert eben nicht. Jetzt ist natürlich die große Vermutung, dass der Recon Expert wieder in den Shop kommt. Möglich ist es auf jeden Fall, plausibel wird es auch sein. Wir warten jetzt erstmal am besten ab und dann sehen wir ja mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, abonnieren, Glock aktivieren, um kein weiteres Video auf meinem Kanal zu verpassen. Den Creator Code der Teddybier gerne eintragen und dann schauen wir mal in den nächsten 30 Tagen, ob der Recon Expert zurückkommt. Wenn ja, kauft ihn gerne mit meinem Creator Code und schaut gerne mal in die Videobeschreibung, denn ich habe jetzt neue Links hinzugefügt. Wenn ihr jetzt über meine Amazon oder über einen anderen Link, der unten nochmal drunter verlinkt ist von Thomann, wenn ihr dort irgendwas einkauft, dann unterstützt ihr mich kostlos. Ihr zahlt nichts mehr, aber ich bekomme eine kleine Provision ab. Vielen Dank für alle, die es machen, sonst würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, Leute! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.